Ich hab doch recht, Niki. Das Arschl hat mich beklaut. Einfach beklaut. Ich weiß es nicht. Das ist... Lisa? Naja, ich mein, das ist ja nicht so schlimm. Lisa? Hey. Ist alles okay? Nein, Karin. Es ist gar nicht okay. Ich meine, was sollen wir jetzt tun, um zu Geld zu kommen, na? Ich bin jetzt wieder in die Hand. Ich versprich's. Hey. Los, komm. Lass uns hier abhangen. Ich warte, was soll ich? Ja. Ja. Drei. Drei. Untertitelung des ZDF für funk, 2017